so will ich wieder kompakt war das pf um m fs schett muss das die stehen 80 sich ich motor flash an die Prozent das Benzin ist auf der Weg nach nie ich habe jetzt gleich die und haben mehr Geld K das steht das ja in das ist mal weh vermute aus auf jeden Fall um die Gegenwart im Wesen Parkus Gut, dann schnell rüber zu Vagospaces. Gut, gut. So, aufpassen, dass wir hier ein Blitzer geran. Okay. Na, egal. Ich weiß, dass wir mal kurz Vagospaces, weil wenn er sagt Vagospaces, dann schütze ich mal erst Vagospaces. Und wird dann auch gleich, ja, spawnen, wenn er sich gereloggt hat. Das ich, bester Name. Aber es ist krass, wie viele neue Spieler das Server bekommt, oder? Also weiß ich nicht, wie viele von denen aktiv weiter spielen, aber mir kommt das echt so vor, als wenn das alle Premium-Mute neuer wäre. So ist das krass. Okay. Sicher, dass das noch aktuell ist? Ich glaube ja nicht. Wieder frei. Mensch, FS-Jet-N-Math-Party-Stir-88. Gut. Ihr? Achso, er denkt Niklas ist dabei. Ähm, ich... Komm... Zum... Ähm... Ja... Sick. Aber Niklas ist gar nicht dabei. Was bestimmt noch nicht bemerkt wurde. Ach ja, nicht... Vielleicht will er ja mal Auto volltanken. Ich frage ihn mal gleich. Oder wir fahren mit einem von euch. Der hat bestimmt 50 Autos. Oh Gott, das verziehen geht es hier unglaublich schnell leer. So. Da sind wir schon. Also, rechts, links und dann sind wir da. Gut. K-Lock. Ja, klar. Gut, mach da. Hey. Ich bin ja schon ein bisschen... Ach, du heilige Kacke. Wie geht das? Mit dem Zeugen? Das ist Finanzen. Ah! Das ist Finanzen und dann... Party... Stir-88. Ja, ich habe nicht ganz so viel Geld. Jo. Vielen Dank für das Geld. Hammermäßig geil. Da könnt ihr bestimmt noch was Geils kaufen. Wo es hingeht. Wo es hingeht. Gut. Ähm... Der... ...ist... ...gott... ...nicht... ...da. Ich nehme immer auf, wenn ich das aufzeige, das könnt ihr euch merken. Außer ich sag vorher in der Folge, okay, ich werde jetzt einfach mal ein, zwei Stunden mich hinsetzen und nur jobben. Ähm, wenn ich nicht aufnehme, werde ich nur jobben. Warte. Kick. So. Motor ist aus, ne? So. Ja, Auspuff. Äh, is not dumb fake. So ist dann lasst die Autos. Haben noch keine Sterne Autos hier. Ich vertraue irgendwie ins Play und Alter Oh nein, ich war da drin Pass mal auf, was ich alles kann Dupti-dupti-dupti-du Wird schmucken, ne? So So So, der hat auch nicht mehr so viel Benzin Und der dürfte eigentlich viel, ja Viel mehr Benzin schlucken als meiner Eigentlich Schätze ich Oder auch nicht Ich hab keine Ahnung Ich denke Wo geht's jetzt In Diesmal hoffentlich ohne Zwischenfall Hey Weil wir können uns ja noch an die vorherigen Folgen erinnern Wenn ich nicht Ein Cherry wäre Da würde ich jetzt dramatische Bilder einblenden Mach ich aber nicht, die können euch selber angucken Ihr könnt ja auch meinetwegen einen YouTube-Downloader benutzen Euch die Videos downloaden Dann ein Schwarz-Weiß-Filter drüberlegen Und Eine dramatische Musik dahinter Und euch das dann dramatisch angucken Also Da hab ich ja gar kein Bedürfnis zu Hashtag bester Fahrer Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal